Waldparadies kalte Kuchel Wiener Wallfahrerweg Wir müssen zur Straßenkreuzung bei Indergrün hinauf. Nach der Gabelung, wo wir den linken Ast nehmen, müssen wir eine Stellstufe hinauf. Es geht durch wunderschöne Wälder. Schließlich nehmen wir die Forststraße. Schöne Wälder Am Ende der Forststraße gerade weiter zum Gipfelweg. Der schöne Gipfelweg. Abstieg durch einen schönen Hohlweg in der Nähe der Lochbrücke. Schöne Wälder 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 Entgegen dem Uhrzeigersinn um den Hirschenkogel herum. Schöne Wälder Schöne Wälder Schöne Wälder Eine Jagdhütte kurz vor dem Ziel.